In der SPD-Basis herrscht die nackte Angst. Die Angst vor ihm, Sigmar Gabriel. Seit dem Parteitag kann niemand mehr ruhig schlafen, außer natürlich bei einer Rede von Frank-Walter Steinmeier. Du flattern die Hosen, oder? Mir? Warum? Na, weil ja der gleich kommt. Wie heißt er nochmal? Unsere Parteivorsitzende, Günter Gabriel. Günter Gabriel? Ich will nicht. Buh. Sind Sie für oder gegen die Große Koalition? Dagegen. Was? Nicht so laut, das dürfen Sie nicht so laut sagen. Nicht so laut, deswegen bin ich hier. Er stimmt für die Große Koalition. Sind Sie für Rot-Rot-Grün? Nein. Dann sind Sie also dagegen, dass Gabriel Bundeskanzler wird? Nein. Wenn wir Neuwahlen provozieren, ist die SPD tot. Ach, das heißt, sie lebt jetzt noch? Weißt du was? Was denn? Ich hab Arsch in der Hose. Ja. Dann können Sie in der SPD aber nichts werden. Ist die Kurde gegen die Große Koalition? Ich bin gegen die Große Koalition. Was? Doch, ich bin hart. Warum? Warum? Weil ich mit Merkel keine Koalition haben will. Und du auch nicht. Muss die, äh, muss Angela Merkel eigentlich auch Maut zahlen, weil die auch Migrationshintergrund hat? Also hören Sie mir, das finde ich ja ein bisschen apathisch. Wieso hat die Migrationshintergrund? Ossi. Ja, ne, das ist ja dummer Quatsch. Das ist dummer Quatsch? Das ist dummer Quatsch. Ja, das ist ja ein Problem für die SPD. Weniger ist noch mehr als nichts. Und eine letzte Frage. Siegmar Gabriel als Vizekanzler, glauben Sie, dass er die Fußstapfen von Philipp Rösler würdig ausfüllen kann? Hundertprozentig. Da, der kommt, der kommt da hinten, kommt. Oh Gott, er kommt. Herr Bundeskanzler, wissen Sie, dass Sie immer so angesprochen werden, wenn Sie sich für Rot-Rot-Grün entscheiden? Aua. Habt ihr das gesehen? Der hat mir voll im Bauch geschlagen. Ja, da lobe ich mir doch Angela Merkel. Die sagt zwar auch nichts, aber die antwortet wenigstens. Zurück nach Köln. Lutz von der Horst, die alte Zimpanise. Vielen Dank.